Der heutige Adventsgruß kommt aus der Kappella des Leipziger Missionswerkes. Ich bin Daniel Keiling und arbeite hier als Tansania-Referent und bin zuständig für die Partnerschaftsbeziehungen unserer Kirche nach Tansania. Das heutige Lied, das wir hören, wird gesungen von zwei TeilnehmerInnen unseres Mission to the North-Programms. Magdalena John aus der Mero-Diozese und Luca Ngongomi aus der Süd-Diozese singen Hosianna, gelobet, weil er da kommt, im Namen des Herrn. Halleluja. Hosianna, binguni Anakujakwa jina wabwana Anakujakwa jina wabwana Hosianna, hosianna Hosianna, binguni Hosianna, binguni Hosianna, binguni Moses Hosianna, binguni Untertitelung des ZDF, 2020